Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal vorstellen, was so, also 5 Animes, die auf jeden Fall empfehlenswert sind, ähm, unten verlinkt, die meisten sind auf Watchbox anzuschauen, ähm, und auf jeden Fall, Leute, könnt gerne abonnieren, viel mehr, dann schön, bitte, das ist Nummer 1. Okay, also Nummer 5, ähm, jetzt nicht Nummer 1, ich hab mich eben verschwunden, sorry, das ist Nummer 5, Guns, ein richtig geiler Anime auf Watchbox Deutsch, also auf jeden Fall, dieser Anime ist heftig geil, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, Leute, er hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich will noch nicht so spoilern, aber ich sag nur schon mal eins, was würdest du machen, wenn du sterben würdest, und in einen Raum kommst, wo eine schwarze Kugel ist, das ist das Einzige, was ich dazu sage, auf jeden Fall, geiler Anime. Zweiter Anime für heute ist ToraTora, hoffentlich hab ich das richtig aufgesprochen, ihr könnt mich in den Kommentaren natürlich ergänzen, ähm, ist ein Romanze-Anime, relativ geil, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, mit so, fiebern, wer so, halt wer was, wo, wie, zusammenkommt, oder was auch immer, ist auf jeden Fall sehr, sagen wir es mal so, spannend, ja, sagen wir es mal so, ja, Nummer 3 ist No Game No Life, das wird wahrscheinlich eh, wahrscheinlich die Hälfte der Zuschauer kennen. Es ist ein geiler Anime, da ist, er ist einfach schön gemacht, es gibt leider sehr wenig Folgen, aber, Leute, gönnt ihn euch, Forgebox, eine Welt, boah, dieses, diese Anime ist einfach geil, das kann ich gar nicht beschreiben. Nummer 4, Black Butler, einer meiner Lieblingsanimes, Anime, ja, muss ich sagen, ähm, Puh, was soll ich so sagen, einfach, teuflisch guter Butler, und die Nummer 1 für heute ist, Yarmor-Gant, hoffentlich hab ich das gut und richtig ausgesprochen, er ist auf Forgebox, deutsch, ähm, Black Butler ist, glaub ich, auf YouTube, ich will den verlinken, ähm, boah, das ist einfach ein geiler Anime, denn, da bin ich immer noch dran, Leute, ich hab, ich bin jetzt bei der 5. Folge, glaub ich, und der ist einfach so geil, Leute, er ist so geil, es gab wenig Animes, die mich schon bei der 1. Folge bewegt haben, boah, ähm, der Anime ist einfach, gönnt ihn euch, Leute, gönnt ihn euch, einfach. Okay, Leute, das war's mit dem Video, lasst ein Like da, ihr könnt auch ein Abo belassen mit dem Volt, ganz schön, Leute.